Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ja ein ziemlich erheblicher Schritt. Man macht sich in so einem Alter ja noch gar keine Vorstellung, was wirklich ist, wenn man sowas tut. Was hast du mit dem Jörg angestellt? Der Herr Dell hat gesagt, du hättest seinen Jungen verprügelt und unsittlich angefasst. Können Sie mich von meiner Schuld befreien? Nur Gott allein kann dich befreien und dir deine Sünden vergeben. Bist du schon wieder mit ihm zusammen? Seid ihr Idioten oder was? Wenn du schon mal da bist, leg dich kurz zu mir. Komm mit in den Wald, habe ich mal zu Georg gesagt. Und er meinte, nein, da kriegst du wieder deinen Rappel. Ich habe ihn dann natürlich doch mitgenommen. Schrei du nur, dich hört hier sowieso keiner. Das geht nur noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020